Als Meghan Markle kürzlich eine Buchhandlung besuchte, verwandelte sich der eigentlich einfache Ausflug schnell in eine bizarre Zerschaustellung von Selbstbezogenheit und Verwirrung. Die Veranstaltung, die eigentlich eine einfache literarische Feier hätte sein sollen, wurde zu einem Spektakel, das beim Publikum für Kopfschütteln sorgte und einen Wirbelsturm an Spekulationen auslöste. Meghan, die einst für ihr souveränes königliches Auftreten und ihre wohltätigen Bemühungen gefeiert wurde, scheint einen drastischen Wandel durchgemacht zu haben. Vorbei sind die Zeiten hochkarätiger Galas und glamouröser Engagements. Jetzt scheint sie Trost in den gemütlichen Gängen der umliegenden Buchhandlungen gefunden zu haben. Diese krasse Verwandlung von einer königlichen Philanthropin zu einem übermäßig enthusiastischen Gast in einer Buchhandlung zeigt, wie weit sie sich von ihrem früheren königlichen Ansehen entfernt hat. Der Buchladenbesuch, der zunächst als herzliche Hommage an die Literatur präsentiert wurde, endete schnell in einer Reihe seltsamer Vorfälle. Trotz der bescheidenen Größe des Veranstaltungsortes konnte Meghan nicht widerstehen, sich das Mikrofon zu schnappen, eine Aktion, die offenbar eher von Eigenwerbung als von echtem literarischen Interesse getrieben war. Ihr Beharren darauf, die Menge über das Mikrofon anzusprechen, ein Accessoire, das ebenso fehl am Platz war wie ein gräuländer Kommentar, trug nur zur wachsenden Verwirrung der Veranstaltung bei. Meghans Rede nahm eine seltsame Wendung, als sie behauptete, in der Buchhandlung Schutz zu suchen. Diese Aussage ließ viele Rätseln. War dies ein ehrlicher Ausdruck ihrer Gefühle oder nur ein weiterer Fall, in dem sie Erzählungen erfand, die ihren Bedürfnissen entsprachen? Anstatt als Zufluchtsort zu dienen, verwandelte sich die Buchhandlung in einer Bühne für Meghans typische Mischung aus egozentrischer Rhetorik und Geschichtsrevisionismus. Ihre Rede, gespickt mit Schlagworten wie Gerechtigkeit und Authentizität, schien völlig losgelöst vom aktuellen Zeck der Veranstaltung zu sein. Abgerundet wurde das Spektakel durch einen Videoclip, der Meghans unberechenbares Verhalten festhielt. Im Filmmaterial ließen ihre Versuche, die Situation zu kontrollieren, gebart mit unbeholfenen Handbewegungen und einem etwas hastigen Ton, eher auf eine Fehlfunktion als auf eine absichtliche Leistung schließen. Einige spekulierten, dass ihre eigenartigen Handlungen auf Drogenmissbrauch zurückzuführen sein könnten, auch wenn es keine konkreten Beweise dafür gab, fügte diese Annahme ihrer ohnehin schon verworrenen öffentlichen Rolle eine weitere Ebene der Intrige hinzu. Bei unregelmäßigen Zungenbewegungen und eigenartigen Gesichtsausdrücke wurden mit Symptomen einer oral-beokolingualen Dyskinesi verglichen, einer Erkrankung, die häufig mit Kokain-Konsum einhergeht. Einige Kommentatoren berufen sich auf eine Vergangenheit als genesender Süchtiger und vermuten, dass dieses Verhalten auf einen möglichen Rückfall hindeuten könnte, angeheizt durch Behauptungen über eine Vorgeschichte mit Drogen, einschließlich Freizeitmarihuana und Kokain. Das eigenartige Verhalten, das bei jüngsten öffentlichen Auftritten wie in Victus beobachtet wurde, hat diese Spekulationen verstärkt. Im krassen Gegensatz zu den glamourösen königlichen Ereignissen ihrer Vergangenheit offenbart Meghans Flucht aus der Buchhandlung eine tiefere Identitätskrise und einen Kampf um Relevanz. Ihr Bedürfnis, auch in alltäglichen Situationen Aufmerksamkeit zu erregen, verdeutlicht ein erhebliches Missverhältnis zwischen ihrer wahrgenommenen Selbstgefälligkeit und den tatsächlichen Auswirkungen ihrer Handlungen. Was einst ein Ort des literarischen Trostes war, dient heute als Bühne für Meghans anhaltenden Kampf mit der öffentlichen Wahrnehmung und der persönlichen Bestätigung. Während Megan sich mit diesem jüngsten PR-Fähler auseinandersetzt, wird immer deutlicher, dass ihre Versuche, wieder ins Rampenlicht zu gelangen, voller Herausforderungen sind. Der Auftritt des Buchladens hat seinen Status nicht aufgewertet oder einen bedeutungsvollen Dialog angeregt, sondern vielmehr seine Exzentrizitäten und potenziellen Probleme hervorgehoben. Megan Markles Buchladenbesuch ist zu einer theatralischen Widerspiegelung ihrer aktuellen Notlage geworden, mit bizarrem Verhalten, fragwürdigen Erzählungen und unbegründeten Gerüchten, die alle zur größeren Geschichte einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens beitragen, die mit einem geschwächten Status zu kämpfen hat.